Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Was wäre, wenn ... ... morgen plötzlich Ihre ganze Wohnung oder Ihr ganzes Haus eiskalt ist? Was ist, wenn die Heizung aussteigt und wir auch nicht mehr irgendwie schnell Gas wiederkriegen oder Heizöl kriegen, um das Haus wieder warm zu kriegen? Was machen wir, um dann nicht zu erfrieren im Haus? Ich mag mich gut erinnern, wir waren mal zu Weihnachten eingeladen in ein Haus, das war irgendwo, glaube ich, in den Flumserbergen oder in Flims herum, ja, Flims war es. Und dann kamen wir hin zu Weihnachten und das Haus hatte kein Heizöl mehr. Es war unglaublich kalt. Wir hatten improvisiert, wir sind keine Survival-Spezialisten, haben aber überlebt. Aber heute habe ich jemanden, der immer überlebt hier. Ganz herzlich willkommen, liebe Nico Hippe. Du bist Survival-Experte, danke, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. Ich möchte gerne mal mit dir eine Phase durchdiskutieren. Was wäre, wenn wir jetzt nicht nur einfach zwei, drei, vier, fünf Tage ein kaltes Haus hätten, sondern wirklich der Nachschub nicht kommt? Das heisst, wir können nicht heizen über Strom, wir haben kein Gas, wir haben kein Öl. So, und jetzt ist Winter, November herum, es ist unglaublich kalt. Wie würde ein Survival-Experte wie du in der Wohnung nicht erfrieren? Ja, man muss immer nach den, man muss nach Grundprinzipien gehen. Und ein Grundprinzip von Wärme erstmal verstehen, wie funktioniert Wärme? Und das Erste ist natürlich unsere Kleidung. Und wenn man versteht, wie Wärme funktioniert, dann kann man allein mit unserer Kleidung unglaublich gut auch draußen warm schlafen. Nur mit der Kleidung, die ich jetzt anhabe. Man muss einfach schauen, wie funktioniert das Konzept und das Konzept Wärme funktioniert. Man braucht viele kleine Lufteinschlüsse, die die eigene Körperwärme erwärmen kann und dann wird es warm. Auch das sind die Zwiebelschichten, ne? Das sind die Zwiebelschichten oder auch, wenn man sich Daunen anschaut. Daunen sind ja so leicht und flockig, man würde nie denken, dass das so unglaublich warm ist. Aber dadurch, dass das ganz viele kleine Lufteinschlüsse sind, die unser Körper erwärmen kann, ist Daune unglaublich warm. Außer wenn viel Wind weht. Deswegen sind zum Beispiel, ich segle ja auch viel, die Segelausrüstung, Segelkleidung ist nicht Daune. Weil da weht immer Wind und der Wind weht die warme Luft wieder weg, dann friert man wieder. Das heißt, das muss man erstmal verstanden haben. Und wenn man das Konzept verstanden hat, dann kann man, egal wo man ist, immer damit improvisieren. Nehmen wir zum Beispiel jetzt die Situation, ich bin in der Stadt, ich bin ein Penner in der Stadt, nicht böse gemeint, ich schlafe unter der Brücke. Was machen die? Die legen sich Pappkartons unten drunter, weil Pappkartons haben viele Lufteinschlüsse und dadurch erwärmen sie mit ihrer Körperwärme die kleinen Lufteinschlüsse in der Pappe und haben dadurch keine Bodenkälte. Ich dachte immer, die haben auch von unten erkälte. Nein, überhaupt nicht. Oder, was man auch genial machen kann, man nimmt einfach seine Jacke und stopft sie in der Stadt mit Zeitungspapier aus, die man knüllt und dadurch werden Lufteinschlüsse fabriziert. Man baut sich aus seiner Jacke, die hoffentlich sehr weit ist, ich habe eine weite Regenjacke oft dabei, da baut man sich einfach so ein Luftpolster auf, was der Körper erwärmen kann. Und plötzlich ist es nicht mehr kalt. Kann man auch mit Laub machen, mit allem möglichen, mit allen Dingen, die kleine Lufteinschlüsse produzieren. Und wenn wir jetzt auf die Wohnung gehen, auf deine Frage, dann müssen wir uns überlegen, wie funktioniert denn in der Wohnung das Wärmekonzept? Und jetzt ist die Frage, was ist die Situation? Ist einfach nur die Heizung ausgefallen? Es gibt Menschen, die erfrieren in der Wohnung, weil die Heizung ausgefallen ist. Dabei ist es gar nicht so kompliziert. Man will vielleicht auch nicht den ganzen Tag im Bett liegen, aber was wäre, wenn man zum Beispiel einfach den Tisch nimmt, über den Tisch ganz viele Decken, die man zu Hause hat, drüber schmeißt, innen rein vielleicht eine Schafe legt oder auch eine Decke am Boden oder eine Isomatte oder irgendwas, was man dabei hat oder eine Matratze. Und dann kriecht man unter den Tisch rein, wie die Kinder das immer machen. Kinder-Paradies. Kinder-Paradies. Und die körpereigene Wärme schafft es, diesen kleinen Raum um ein paar Grad zu erwärmen. Wenn man ein einziges Teelicht reinstellt, wird dieser Raum da innen drin warm und dann kann man fast nicht mehr erfrieren. Wenn man zu zweit, zu dritt ist und am Tisch drin sitzt, dann wird es richtig kuschelig warm da drin. Und wenn man dann auch noch Decken mit reinnimmt und sich noch zudeckt, also es ist wie ein kleines Zelt, was man sich gebaut hat in der eigenen Wohnung. Und dieses Biwak-Prinzip, man kann ja auch wirklich, das kann man ja überall machen. Man kann, das lernt man bei uns in den Survival-Kursen zum Beispiel, wie man wirklich aus allen möglichen Stoffen ein Biwak bauen kann, wo man ohne Schlafsack, ohne Zelt in der Natur warm schlafen kann, selbst bei Regen und Glitsch, nassen Wetter. Was für Stoffe? Alle möglichen Naturstoffe wie Moos, Laub und so weiter, Fahne und so weiter. Alles auf einem Haufen, also zuerst in ein Gerüst und dass du das alles drauf schichten kannst. Genau, und in das Gerüst natürlich auch dasselbe Material rein, weil wenn du reinkriechst und ich frage die Leute oft, ja, wenn ihr euch ein Zelt baut mit solchen Stoffen, also ein Grundgerüst baut und draufschmeißt, dann habt ihr so viel Abstand zu eurer Wand sozusagen, die ihr gebaut habt. Wie schlaft ihr im Bett? Tut ihr eure Bettdecke auch immer so weit Abstand halten oder liegt die direkt auf eurem Körper? Das heißt, man muss dann auch schauen, dass man in so einer Hütte dann auch wirklich genug Material drin hat, damit es um einen rum warm wird, weil diese Luftmenge kann man ein paar Grad erhitzen, aber nicht so, dass man nicht friert. Je nachdem, welche Temperatur draußen ist. Und so kann man halt in der Wohnung sich das auch machen. Und wenn man einen größeren Raum hat, wenn man nimmt zum Beispiel sonst das kleinste Zimmer, was man hat, schaut, dass man die Schwachstellen, die Fenster und so weiter, ich habe mal mit einer Wärmebildkamera Häuser angeschaut, wo die Wärme rausgeht, das sind immer die Fenster und am Dach oben. Und wenn man dann schaut, man nimmt einen kleinen Raum, tut die Fenster mit Matratzen oder mit irgendwas richtig gut isolieren, dann ist es halt dunkel. Und dann schaut man, dass man da drin einfach möglichst viele Kerzen oder hier hat man zum Beispiel so eine Petroleumlampe, also man muss halt Feuer drin haben. Man muss natürlich schauen mit dem Sauerstoff, dass es passt. Aber bei unserem Deckentisch-Konstrukt, da kommt genug Sauerstoff rein und raus. Aber ansonsten halt, dass man schaut wirklich, dass man Kerzen und alles Mögliche da drin anmacht. Und ihr kennt das vielleicht an Weihnachten, wenn man echte Kerzen verwendet, was ich sehr schön finde, dann wird wirklich der Raum allein von diesen ganzen Kerzen warm. Das merkt man. Und so kann man sich dann sein eigenes bauen. Und auch wenn man kocht, kocht dann bitte auch, falls ihr so einen kleinen Kocher habt, der mit Feuer funktioniert, kocht auch in diesem Raum, weil das natürlich dann gleich, einerseits kocht man sein Essen, andererseits erwärmt man die Umgebungsluft. Schon verrückt. Also im Fernsehen zeigen sie immer wieder, wie zwei Leute miteinander Reibung haben, also nahe aneinander, Körper an Körper, das gibt ja auch Wärme, oder? Absolut. Das macht die nicht in der Survival, oder? Klar machen wir das. Ah, kuscheln, kuscheln. Nein, aber das ist, früher mit den Pfadfindern war ich viel unterwegs, gell? Und wenn wir dann bei Minusgraden, wir sind mal am Weihnachtsmorgen aufgewacht, und es war Schnee draußen und so weiter, wir haben draußen im Wald geschlafen, und da ging es nicht anders, wir sind einfach alle so eng wie möglich wie die Sardinen zusammen, ganz, ganz eng zusammen, damit wir eben uns gegenseitig wärmen. Und dann haben wir noch eine Zeltplane, die wir hatten, über uns alle drüber, aber es ist natürlich viel wärmer, als wenn jeder einzeln schläft. Also einzeln schlafen ist schön und gut, dass man seine Privatsphäre hat, aber wenn es ums Überleben oder um Wärme geht, eine ganz schlechte Idee. Geht auch, aber es geht auch besser. Das ist schon verrückt, was du schon alles gemacht hast. Wenn wir in der Natur im Winter draußen zu schlafen, also das kam mir nie in freiwilligem Sinn. Die Eltern waren nicht ganz so glücklich, wir kamen zu spät am 24. nach Hause, weil wir verschlafen haben in der Früh, weil es so warm war. Wirklich, im Ernst, es war wirklich so warm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Genau, aber das sind so die Strategien, die man anwenden kann, um es wirklich warm zu machen. Und dann gibt es natürlich aber auch Öfen, es gibt super coole Teelichtheizungen, kann man sonst auch bei mir auf der Website mal nachschauen, kann man auch überall anders googeln, das ist vollkommen wurscht. Es gibt Teelichtheizungen, wo wirklich einfach ein Blumentopf genommen wird, diese Keramikblumentöpfe oder diese Tontöpfe, und daraus ein System gebaut wird, wo man unten drunter lauter Teelichter hinmacht und so ein kleiner Ofen erwärmt den ganzen Raum, nur mit Teelichtern. Das ist genial. Tatsächlich? Ja, absolut. Gibt das denn schon viel Wärme ab? Mhm. Super cooles Ding. Ja, durch meine Teelicht, 5, 6, 7 Stück nimmt mir jetzt nicht den ganzen Sauerstoff weg, oder? Ja, auch 20 nicht, gell? Also wir haben doch sehr viel Sauerstoff in so einem Raum, ja. Sonst noch weitere Ideen? Ja, unendlich viele, gell? Es kommt immer auf die Situation darauf an, was gerade Thema ist, gell? Aber ich glaube, dass das Wichtigste gesagt ist, wie man in der Wohnung sich warm halten kann, wie man sich draußen in der Natur warm halten kann. Und natürlich das Einfachste, also mein Survival-Trainer aus Amerika, der das seit Jahrzehnten auch macht, der sagt auch, er hat über 2000 Menschen aus der Wildnis gerettet, die verloren gegangen sind. Und er arbeitet, hat auch für das FBI und Europol und so weiter gearbeitet. Und er sagt, er gehört zu den besten, verehrten Lesern der Welt, denke ich mal. Und er sagt auch, wenn er nach mehreren Tagen geholt wird und gesagt wird, dass er eine Person vermisst, kannst du sie suchen. Dann fragt er oft nach dem Alter. Und bei Kindern ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sie noch lebendig trifft, bei Erwachsenen weniger, weil die diesen natürlichen Instinkt verloren haben, wie man sich warm hält. Also er hat mal einen Jäger gefunden, auf sein Gewehr gestützt, auf dem Baumstamm sitzend erfroren. Und Kinder, die haben das mehr instinktmäßig, dass die sich dann zusammenrollen und sich dadurch selber wärmen oder in Laubhaufen legen. Einfach nur in Laubhaufen legen, dann hast du schon mal mehrere Seiten, die warm sind und hast nur noch die Oberseite, die kalt ist. Vielleicht kannst du noch ein bisschen Laub drauf machen. Da gibt es so viele Techniken und kann man unendlich viel lernen darüber. Man kann Stunden darüber lernen oder auch erzählen, aber das Beste ist, man muss es machen. Also die ganze Theorie, wir sind in so einer Kopfgesellschaft. Man will alles immer theoretisch wissen, aber dann ist man danach zufrieden. Also viele Leute, die probieren es nie aus, hören es, sind begeistert, aber probieren es nie aus. Und dann ist es nicht so hilfreich. Also ich habe zu Hause, glaube ich, im Keller noch so eine Kriste. Das ist so groß. Und da kann man auch Petroleum reintun. Und da kann man auf kleiner Flamme eine Heizung zu Hause für einen Notfall, der hoffentlich nie gebraucht wird. Aber es schadet auch nicht. Es hat auch nicht so viel gekostet. Man hat es einfach. Und wenn man Platz hat, ist es eine gescheite Sache. Fand ich damals vor 10, 15 Jahren, wo ich das gekauft habe. Finde ich immer noch. Ich finde auch. Ich meine, es tut mir nicht weh. Es steht da unten im Keller. Und wie gesagt, wenn ich es anschaue, sage ich immer wieder, hey, so cool. Es ist abgehakt. Ich habe Vorsorge, betreue eben für die Fälle. Für den Fall, wenn ich mal keine Heizung hätte, wäre ich gerüstet. Und das ist genau das Thema. Wir wollen ja keine Angst machen. Und wir wollen auch nicht sagen, es gibt eine Riesenkatastrophe und wir müssen alle für uns selber sorgen und schlagen uns gegenseitig die Köpfe ein, um zu überleben. Sondern es geht darum, dass man alles, was man vorgesorgt hat, gibt einem Sicherheit und Vertrauen. Und Vertrauen ist das A und O. Weil wenn man im Vertrauen und in der Sicherheit ist, dann muss man keine Angst haben. Und Angst ist einfach kein guter Zustand. Und wir haben es ja gerade gesehen, mit Shutdown und so weiter, wie die Leute Angst bekommen haben und Dinge leer gekauft haben im Supermarkt und das ganze System belastet haben. Das ist nicht verantwortungsvoll. Es sind auch sehr viele zwischenmenschliche Sachen. Plötzlich in ein ganz anderes Fahrwasser reingekommen, habe ich so gesehen. Diese ganze, die Menschlichkeit untereinander, wo man sich doch verbergt mit irgendwelchen Masken und sich dann so stärker in den Vordergrund stellt. Also das Ego-Bewusstsein, ich bin der Feste, ich bin der Wichtigste, das hat man schon auch gemerkt. Das geht sehr viel schnell plötzlich weg an Menschlichkeit, verloren, leider. Na gut, jetzt sind wir in einem Zimmer. Wir haben jetzt schön warm und kuschelig. Dann erinnere ich jetzt, so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir für Sendungen schon gemacht haben. Wir haben über Ernahrungsmittel gesprochen. Also wir werden ja dann, wenn wir keine Hauzung haben, wahrscheinlich auch nicht ins Einkaufsladen gehen können. Da können wir verweisen auf die Notnahrung, wo einfach 15 Jahre haltbar ist, wo nicht kaputt geht, wo alles drin ist. So hast du es mir erklärt, korrekt? Richtig. Gut, dann hast du mir gesagt, wir haben ganz viele Möglichkeiten, im Haus Wasser zu finden. Fände ich auch cool, wie in der Toilettenspülung, in der Wasserversorgung selber. Wenn man im untersten Punkt, kann man Wasser rauslassen. Wir können Wasser aus dem Fluss holen und über solche Filteranlagen durchpumpen. und das reinigen oder über solche Säcke. Dann hast du mir noch erklärt, was war das? Licht und Strom. Licht und Strom, genau. Auch für Handy, Radioversorgung und so weiter, über Solarpanels oder auch über solche Generatoren Strom zu produzieren. Also hätte man eigentlich, wenn ich so zurückschaue, mit dieser Staffel, wo wir da gemacht haben, was wäre wenn, Punkt, 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 eigentlich eine Rundumversorgung für eine Krise, die hoffentlich nie kommen möge. Absolut. Und auch da wieder kann ich nur darauf verweisen, wir sind selber alle erwachsen. Und wenn man erwachsen ist, dann muss man für sich selber sorgen können. Und zwar in dem Fall, dass alles ganz normal weitergeht. und da gehört es dazu, dass man Geld verdienen kann. In der heutigen Zeit braucht man das wohl zum Leben. Das heißt, wenn alles so läuft wie bisher, lernen wir unseren Kindern, wie wirst du erwachsen und wie kannst du selber für dich sorgen. Das heißt, du musst einen Beruf erlernen, wo du Geld verdienst. Was ist aber, wenn es mal nicht normal ist, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, wie ein Shutdown oder ein Virus oder was weiß ich was. Was kann man dann tun? Dann muss man ja immer noch für sich selbstständig sorgen können. Und da kann man einerseits natürlich die ganzen Hilfsmittel und die ganzen alles, was unsere moderne Welt uns bietet, als Hilfe nehmen, was sehr genial ist, weil es uns das Leben auch in so einer Situation vereinfacht, wenn wir es zu Hause haben. Und das andere ist natürlich, was ist, wenn ich in eine Situation komme, die nicht vorhergesehen ist, in einem ganz dummen Moment, das gibt manchmal dumme Vorfälle, ich fahre im Auto irgendwie ins Ausland, in Urlaub und in dem Moment ist in europaweiter Stromausfall. Marc Elsberg beschreibt das sehr gut in seinem Buch Blackout. Was ist dann? Dann habe ich nichts dabei, ich friere im Auto, ich kann an der Tankstelle keinen Sprit mehr tanken, weil die Tankstelle braucht Strom, um das hochzutanken, hochzupumpen, den Sprit. Und plötzlich stehe ich da und habe nichts dabei. Und dann, entweder habe ich halt eine Ausrüstung, die ich immer im Auto habe, was sehr sinnvoll ist, oder alternativ, also mein Opa zum Beispiel hat immer eine Decke im Auto gehabt. Das schadet nie. Auch wenn du mal nur im Stau stehst, bei Minusgraden oder so kannst du nicht dauernd deinen Motor laufen lassen, einfach eine Decke im Auto haben. Super gut. Und da kann man natürlich noch mehr dazu machen. Hey, was wäre mit einem kleinen Gaskocher und einer so einer Dose Langzeitlebensmittel? Dann kannst du ein leckeres Nudelgericht zubereiten oder Reisgericht. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, wenn ich in so eine Situation komme und dummerweise nichts dabei habe, was mache ich dann? Und die größte Form der Freiheit ist natürlich, wenn man dann die Fertigkeiten hat, sich selber nur mit der Umgebung zu versorgen. Egal, ob das eine Stadt oder die Natur im Wald ist. Wenn man dann natürlich die Fertigkeiten hat, zu sagen, hey, ich mache einfach kurz ein Feuer, ist kein Thema. Ich kann inzwischen innerhalb von 20 Minuten, wenn ich ein Messer habe, ein Feuer machen, ohne jegliches Hilfsmittel, nur mein Messer. Ich kann es auch ohne Messer, auch bei Schnee, Wind und Regen. Und wenn ich kein Messer habe, dann brauche ich ein bisschen länger, brauche ich eine Stunde und wenn schlechtes Wetter ist, gibt mir vielleicht zwei bis drei Stunden. Aber es funktioniert. Ich kann mir einen warmen Unterschlupf bauen, wo ich warm schlafen kann, ohne Ausrüstung, ohne Zelt, ohne Schlafsack. Und so kann man sich dann noch sicherer fühlen, weil man wirklich komplett autark leben kann, nur für sich in einer dummen Situation. Flugzeugabsturz, gibt es viele Filme drüber oder so, gell? Und das ist gar nicht das, warum ich das mache. Ich mache das wirklich aus Freude in der Natur sein. Deswegen mache ich das. Also jetzt nicht denken, dass ich total der Fanat bin, der denkt, die Welt geht unter, ich trainiere mich, damit ich ja im Notfall überlebe. Nein, ich habe da riesen Freude dran, das ist ein Hobby von mir. Jetzt hast du vorhin einen Satz gesagt, der mir auch tiefer nachgeht, nämlich wir sind alle Erwachsenen und sollten eigentlich selber Vorsorge betreiben. Entweder über das Arbeiten, aber das, was wir jetzt heute in dieser Staffel auch machen, diese Überlegung, diese Gedankenspiele, die ignorieren wir heutzutage völlig, weil wir einfach sagen, wir sind so sicher, dass wir das alles nicht brauchen. Aber meine Großeltern hatten das alles noch. Die hatten das noch gelernt, dass es einfach mal nicht kommt, gewisse Dinge. Oder mein Friseurgeladen, der kommt aus Irak, der sagt mir, Strom ist ein Luxus. Sein Dorf hat eine Stunde im Tag Strom. Und da dachte ich, das ist ja unglaublich, wie schön, dass wir es haben hier in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, hier leben zu dürfen. Aber trotzdem, wenn wir alle erwachsen sind und Vorsorge betreiben sollten, ich kann es nicht. Und es sind ja nicht wir, die jetzt irgendwie abgefahrene Ideen haben und Krisen in unseren Gedanken heraufbeschwören, sondern es sind ja die Regierungen auch, die eine Website haben, wo drauf steht, in Deutschland gibt es eine, in der Schweiz gibt es eine, da steht drin, es gibt sogar Gratis-Heftchen in Deutschland, die man sich schicken kann, Mein-Vorsorge-Checkliste oder was weiß ich was, wo man wirklich sonst auch sich komplett drum kümmern soll und es ist wirklich empfohlen, dass man alles für sich zu Hause hat, um das System zu entlasten, wenn es mal nicht normal läuft. Und das sagt die Regierung, das sagen nicht wir. Und wenn irgendjemand von den Zuschauern und Zuschauern das haben will, wir können auch, schreibt uns eine E-Mail über meine Website und ich schicke euch auch so eine Checkliste einfach mal zu. Was ist denn schlau, was sollte man haben? Was sollte man immer dabei haben und so weiter und so fort? Was sollte man im Haus haben? Nochmals zurück zu diesen Fertigkeiten, wo du ihnen so Weihl-Ausbildungen anbietest. Sind das hauptsächlich Kinder oder Erwachsene, die da kommen? Hauptsächlich Erwachsene. Ja, das wundert mich ein bisschen. Eigentlich hätte ich mir das so ein bisschen als Faddy-Ersatz oder Wölfchen-Ersatz oder weiss Gott, was ist der Blauring-Ersatz gedacht, dass man da einfach in solche Gems geht und einfach das lernt. Wie viele Leute sind da so in einer Gruppe, wenn ihr da loslegt? Also die großen Kurse sind so um die 50 Leute. 50? Ja. Verlierst du da niemanden im dunklen Wald? Nein. Okay. Und die Trainings, wo wir wirklich jeden Monat am Wochenende rausgehen und trainieren, dass wir jede Jahreszeit mitbekommen, weil jede Jahreszeit hat ihre Qualitäten. Wo man jetzt im Herbst kommen, die ganzen Eicheln fallen von den Bäumen, die Kastanien sind reif, die ganzen Früchte sind gerade reif. Es ist gerade eine Fülle, da ist es wunderschön. Und im Frühjahr zum Beispiel hat man dann eher in den Blättern oder in den Rinden mehr Saft. Dann kann man wunderschöne Schnüre herstellen und so weiter und so fort. Es macht so eine Freude. Und ganz viele Erwachsene nehmen das auch als Ausgleich für den Alltag. Einfach mal vom Stress runterkommen, einfach ins Jetzt, weil unser Leben findet halt im Jetzt statt und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ins Jetzt zu gehen, einfach durchatmen, können spannende Fertigkeiten erlernen, die fast vergessen sind. Also das sind ja alles Fertigkeiten von Vorfahren von uns, die das nicht aufgeschrieben haben. Das heißt, wenn das nicht weitergegeben wird, dann wird das vergessen. Und leider bringt es auch nichts, das einfach nur mal zu lesen, wie das funktioniert, so ein Feuerbohrer. Es gibt ganz bekannte Survival-Spezialisten, die gesagt haben, ja, das Feuerbohren, das funktioniert eh nicht. Ich habe es probiert, funktioniert nicht, deswegen verlasst euch nicht drauf. Das ist Schwachsinn. Feuerbohren funktioniert auch mit nassen Holz. Man muss einfach nur wissen, wie Feuerbohren funktioniert so. Du hast ein Handstück, du hast eine Spindel und ein Brett und bringst Druck drauf und dann tust du mit so einem Bogen und einer Schnur, die du selber herstellen kannst, Reibung erzeugen und durch die Reibungssitz entsteht Glut. Ja, ist ja klar eigentlich, das Wasser, die Fürchterkeit geht ja schnell weg, oder? Ja, die kannst du verdunsten lassen. Du musst halt die Technik trainieren. Und deswegen sage ich, man kann es nicht nur lesen, weil nur lesen bedeutet, du hast es nie trainiert und wenn du es nicht trainierst, dann geht es trotzdem in Vergessenheit, weil viele Dinge muss man einfach durch die Erfahrung mit weitergeben. Und deswegen sage ich immer, am besten ist es wirklich, da rauszugehen und selber das zu üben, weil es einfach Freude macht. Wenn man das Wissen hat, dann geht man auf einen Kurs von mir, danach kann man auch die Kinder mitnehmen und danach nimmt man seine Kinder und geht ab und zu am Wochenende raus spazieren, weg vom PC und den ganzen Mediensachen, einfach wieder raus in die Natur, ins echte Leben und nicht in eine virtuelle Welt, wo die Kinder sich gerade sehr gerne aufhalten und fängt einfach an, spannende Sachen zu üben. Ja, eine Höhle aus Laub zu bauen, in der man warm und trocken schlafen kann. Es ist wirklich, man braucht keine Plane, um bei Schütteregen trocken zu schlafen. Und im Winter verhungert die Leute auch nicht. Nein, auch nicht. Weißt du, genau das ist der Grund gewesen, weil ich das, was du kannst, eben nicht kann und eigentlich wirklich eine Hochachtung habe. Von dem habe ich einfach gesagt, ich kaufe mir Hilfsmittel, um eigentlich eine gewisse Phase überbrücken zu können. Wie eben auch, darum habe ich sie hier auch aufgestellt, so Langzeit-Lebensmittel, die bis zu 15 Jahre halten. Manchmal kann man es auch nach 30 Jahren noch problemlos essen. Aber das ist eine gute Sache, gute Lebensmittel und ich weiss, was ich esse und in der Natur habe ich keine Ahnung, was ich essen könnte und was nicht. Und es ist nichts gegen solche Hilfsmittel zu sagen. Also, wenn irgendjemand meint, der Nico ist ein Freak, der geht immer ohne allem raus. Nee, das stimmt nicht. Also, wenn ich die Wahl habe und nicht was trainieren will und das aus Übungszwecken mache, dann nehme ich mir gerne Hilfsmittel mit, weil Hilfsmittel und Werkzeuge erleichtern einen das Ganze und beschleunigen das Ganze. Weil es einfach, wir haben das nicht umsonst entwickelt, diese ganzen Techniken und es ist sehr angenehm auch, das zu haben. Ich glaube, es tut uns allen gut, wieder ein bisschen zurück zur Natur zu kommen. Diese Distanzen, die wir aufgebaut hatten in den letzten vielleicht 20, 30 Jahren, wieder ein bisschen abzubauen. Und ich denke, wenn unsere Jugend zum Beispiel in solchen Seminaren sind oder eben auch Leute, Erwachsene, solche Seminare machen, dass da wieder eine größere Verbindung kommt zur Natur. Es kommt auch ein Bewusstsein wieder. Also, wenn ich zum Beispiel die Indianer anschaue, die haben, wenn sie etwas getan haben, wenn sie einen Wald gerodet haben oder so, sie haben immer überlegt, also sie haben keine Wälder gerodet, haben sie immer überlegt, was für Konsequenzen hat diese Tat auf meine nächsten sieben Generationen, die kommen. Und würden wir uns heutzutage diese Frage stellen, dann würden wir alle nicht mehr so weitermachen, wie wir gerade weitermachen. Weil das, was wir tun, ist Vergewaltigung an unseren Nachkommen. Weil die haben keine lebenswerte Erde mehr, wenn wir weiter mit der Zerstörung so weitermachen. Das hast du sehr schön gesagt. Das habe ich ähnlich überlegt, diese ganze Corona-Phase könnte aus dieser Optik her auch ein Segen sein für das Wiederfinden der natürlichen Gleichgewicht. Absolut. Wenn wir das CO2 sehen, was da flugzeugmässig, wie viel weniger es heute ist. Also es sind sicherlich viele naturmäßige Dinge jetzt gelaufen, die eher wieder ein bisschen pro Natur sind. Wie nachhaltig es ist, wissen wir beide nicht, aber letztendlich gebe ich dir da voll recht. Absolut. Und das ist so spannend, weil die Natur ist hochintelligent. Und die Natur schafft immer wieder ein Gleichgewicht. Immer. Nehmen wir, und wir bauen ja hier, oder wir pflanzen hier ja in unseren Wäldern sehr viel Fichten an. Fichten wachsen sehr schnell und geben dafür schnell wieder Geld. Weil man kann sie, innerhalb nach 80 Jahren kann man die fällen und hat super Holz und super Erträge und verdient viel Geld daran. Deswegen wachsen hier sehr, sehr viel Fichten, obwohl eigentlich in Europa die Hauptbaumart, es wären eigentlich Buchenwälder hier. Da gibt es aber viel weniger, weil die Buche ist Hartholz, die wächst auch langsamer. Deswegen lieber Fichte, da kann man schneller Geld verdienen. Und was ich so spannend finde, was macht die Natur? Die merkt, dass eine Monokultur gepflanzt worden, das ist nicht gesund. Also schickt sie den Borkenkäfer. Der Borkenkäfer zerfrisst die Fichtenborke und die Fichten sterben, damit wieder ein gesunder Wald entstehen kann. Wenn wir in Südtirol überall Äpfel anpflanzen oder auch am Bodensee, in Riesenmengen, das ist so ungesund für die Natur, dass sie eigentlich Schädlinge schickt, die die Äpfel zerfressen, damit sie wieder weniger werden. Wir müssen Gift auf unsere Lebensmittel sprühen, damit sie in dieser ungesunden Form wachsen können. Und wenn wir uns anschauen, vor zwei Jahren noch hieß es, wir können nicht weniger fliegen, wir müssen ja unsere Business-Termine machen und unseren Urlaub und bla bla bla. Und dann kommt so ein kleiner Virus und plötzlich ist es gar kein Thema, dass wir nicht mehr fliegen. Gar kein Bock mehr. Gar kein Thema. Und das finde ich so spannend, die Natur schafft das Gleichgewicht. Und wenn es eine Spezies oder jemand nicht kapiert, dann kriegt man halt erstmal einen kleinen Anstupser und irgendwann kriegt man einen Hammer und irgendwann kriegt man die Keule auf den Kopf. Und das ist halt die Frage, wie weit wollen wir gehen, bis wir endlich auf die Natur hören und schauen, dass wir uns um sie kümmern und sie nicht ausnutzen. Du hast noch schön gesagt, diese hohe Ordnung. Die Natur weiss schon, was sie machen muss, dass sie in Ordnung ist oder im natürlichen Gleichgewicht. Und wir meinen immer, der Borkerkäfer hat einen Schädling und vielleicht ist es doch nur der Ausgleich zur natürlichen Balance. Absolut. Gibt es eigentlich eine Plattform, die du mir empfehlen könntest, wo ich mich nachlesen kann, schlau lesen kann, genau über solche Themen wie Strom, über Wasser, über Nahrungsmittel, über Wärme und so weiter. Hast du da so eine Idee, wo ich mich da ein bisschen schlau machen kann? Also ich habe meine Website natürlich, das ist vorsorgen.tv, also vorsorgen.tv. Über diese Website, da ergänze ich die ganze Zeit, ich arbeite daran, dass die besser wird und immer voller mit Wissen. Es ist immer schwierig, auf was fokussiere ich mich? Ich fokussiere mich eigentlich nicht so gerne auf diese virtuellen Sachen, und deswegen arbeite ich noch mehr dran, noch stärker dran, dass meine Kurse immer genialer werden, obwohl die jetzt schon so sind, dass die Teilnehmer sagen, es ist eine unglaubliche Erfahrung gewesen, 100% begeistert. Und trotzdem versuche ich über diese Website das Wissen immer mehr zu verbreiten, immer dran zu arbeiten, auch zu schauen, was gibt es denn für gute Produkte. Viele Menschen verkaufen einfach irgendwas, damit sie Geld verdienen. Ich versuche, dass ich die Dinge vorher teste und wirklich auf den Prüfbankenstand stelle und schaue, was ist wirklich in einer realen Situation brauchbar und was ist einfach Müll. Und die ganze Sinterstaffel über was wäre wenn, Punkt, 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 wäre auch bei dir. Kann man natürlich kurs24.tv bei euch auf der Website oder eben auch auf meiner Website, werden die auch alle verlinkt sein. Super cool. Ja, lieber Nico, wer weiß, wer weiß, vielleicht komme ich auch mal ins Seminar. Wie gesagt, es begeistert mich sehr. Wir machen zwei, drei Sendungen, ich kriege dich da schon. Also im Winter sicher nicht, da komme ich nicht raus. Nächsten Sommer dann. Ja, also wie gesagt, das reizt mich sehr. Vielleicht habe ich mal ein bisschen weniger Druck und mal ein bisschen mehr Zeit, wer weiß. Und dann, wie gesagt, wenn ich über Naturmedizin, über Naturheilkunde rede und immer viel zu wenig eigentlich in der Natur eingebunden bin, habe ich das Gefühl, es fehlt mir noch was. Das bewundere ich an dir und auch deinem Fleiß, was du da alles gelernt hast und mit wie viel Leidenschaft. Ganz herzlichen Dank, dass du es teilst. Wir haben im September auch eine Spezialistin da, die auch über Heilkräuter im Kurs mit dabei sind da ganz speziell. Heilkräuter in der Natur. Ja, genau. Geht die raus und pflückt. Ja, fünf Tage lernst du alles und ein paar, das sind eben auch die Heilkräuter. Großartig. Eben die Bitterstoffe zum Beispiel. Die Bitterstoffe, welche Nahrung ist. Ja, super. Herzlichen Dank Ihnen auch. Alles Gute bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen mit dir nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.